Jo Freunde, grüße euch, Pato ist auch wieder mal in einem Stißel. Ich halte das Video, beziehungsweise nicht das Video, das Intro heute etwas kürzer. Wollte euch nur aufmerksam machen, am Ende des Videos kommt es irgendwie zu bisschen asynchron. Der Stream gestern war ziemlich unkonstant, anscheinend das Server irgendwas... Keine Ahnung, also wundert euch nicht, bisschen asynchron die ganze Geschichte. Wie im Titel schon steht, mein bester Player Pick, unnormal geil. Des Weiteren würde ich euch bitten, gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Solltet ihr neu sein, würde ich mich über jedes Abo freuen. Danke euch dafür. Checkt unbedingt Maxi aus, denn ich gebe es natürlich zu, dieses Mal habe Elite 3 ich nicht selbst gespielt. Das hat Maxi für mich gemacht. Einer der größten Talente aus Österreich im E-Sport. Des Weiteren live unser FC Repuls E-Sportler Serjan Kada Gold mit seinen Top 42 Packs. Habt Spaß mit dem Video, habt Spaß mit dem Best of Besser gesagt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ciao. Hallo. Hallo Leute, was geht? Heute werden wir bitte gute Spieler ziehen. Habt ihr heute schon eure Packs gezogen? Wenn ja, was habt ihr gezogen? Ich gönne jedem einen roten CR7, roten Messi, roten Havertz, roten Mbappé. Und sollte ich heute irgendjemanden von den genannten 10 in Rot oder in meinem Team of the Season Pack, Leute. Verlose ich einen 20er PSN oder Xbox Karte an alle meine Abonnenten und an alle die, die den Daumen nach oben gegeben haben. Elite 3, danke nochmal der Maxi. Da muss ich ehrlich sein, ich hatte am Wochenende viel zu viel zu tun. Ich hab 4 Spiele gespielt. Der Rest hat Maxi gemacht. Den poste ich euch dann im Video bei den Best of in die Videobeschreibung. Ehre Mann Maxi in die Kommentare, Leute. 3x Spielauswahl, 1x Premium Tots Pack und 1x 100k Pack. Zusätzlich 70k Münzen. Oh, jetzt dachte ich, jetzt dachte ich schon wieder 4. Waren aber nicht 4. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pogges, Black nehmen Leute, Pogges. Wir haben Pogges gezogen. Okay Leute, wir nehmen die goldene Mitte würde ich sagen. Eines von 5. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte irgendwas Gutes. Elite 3 Rewards, come on. 3, 2, 1, Abfahrt. Bitte, jetzt schon was Geiles, der erste Blick. Oh mein Gott. Mohammed Salah, Leute. Mohammed. Elhamdulillah Mashallah. Salah. Yes. Yes. Ich muss die Tür zu machen. Scheiße. Yes. Yes. Salah, er hat gebetet. Salah, ich bin jetzt bei Pato im Team Mohammed. Yes. Mann. Maxi, du kleine Wurst. Yes. Und Jan Sommer natürlich auch. Habübü, was machst du in meinem Team? Ey. Alle ein Hashtag Mohammed in die Kommentare, Leute. Yes. Den nehme ich auf jeden Fall. Abfahrt, Leute. Ihr redet mir nur Blödsinn ein. Da lassen wir Shigi öffnen. Shigi, du gönnst doch immer. Du hast schon dreimal Team of the Year Kante gegönnt. Komm. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Komm, Shigi. Shigi, 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 Shigi. Oplack, Leute, das Rating nehmen wir mit. Ich glaube, ich sehe schon das zweite Mal in 95er Oplack. Aber, Shigi, dicker Kuss geht raus. 95, geht klar. Ich weiß nicht mal mehr seinen Vornamen, Leute. Jan Oplack, heißt er so? Jan Oplack. Yes. 95 Rating. Haben oder nicht haben. Bloß wegen dir muss ich Food Birthday Sergio Ramos abstoßen. Und Food Birthday... Milinkovic Savic. Und dich selbst. Das sind schon mal geile. Die sind schon mal geil. Aber, aber, aber. Mbappé, Ronaldo oder Havertz. Diese drei Spieler wünsche ich mir so sehr. Mein Puls ist schon noch keine Ahnung wie hoch. Wir machen ein großer C-Hepäck. Abfahrt. Komm. Komm, 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 komm. Aber, yo. Leute, Real Talk. Ich bin noch mit Boost Cats zufrieden. Ich bin mit Boost Cats zufrieden. Er gefällt mir unnormal, diese Karte. Obwohl er nur 58 P's hat. Aber ich habe ihn jetzt bei einem Switch-Steel Discard Battle gehabt. Er hat rasiert bis zum Gehtnichtmehr. Und in einen SBB, glaube ich. Ich hatte einen SBB, glaube ich, um den Spieler. Und er hat mir unnormal gut gefallen, Leute. Ganz, ganz ehrlich. Ey, ich habe schon schlechtere gesehen. Das sind richtig, richtig geile Rewards, Leute. Von drei Karten her, meine besten Rewards. Ansonsten hatte ich vereinzelt Sancho. Habe ich in Rot gezogen. Pp habe ich in Rot gezogen. Aber, so wie sie hier stehen zu dritt. Meine besten Rewards, Leute. Geht unnormal fit. Mohammed ist in unserem Team, Alter. Was macht der Handala da überhaupt? Handala, was machst du hier? Jetzt kommt Mohammed, nicht Handala. Robben. Okay, zumindest ein 85er. Eremann Luis. Eremann. Eremann. Wer ist das? Nein. Was? Hä? Wer bist du? Forest. Forest Gump. Leute. Süß. Ein normaler Wargott. Dass es das auch noch gibt heutzutage. Kosta. I'm blue. Da-dam-di-da-dam-da. I-da-di-di-da-di. Wer ist Warngorn? Ha? Wer ist das? Es ist Seyfield von Dijk. Oh mein Gott. Ich bin jetzt gehypt, Leute. Entweder cashen wir richtig ab. Oder wir losen einfach total ab, okay? Alle nochmal einen fetten Glücks-Daumen nach oben. Bitte. 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 Lass es etwas geiler sein. Lass es etwas geiler sein. Keline wenigstens. Es ist nur ein 93 Rating. Aber Izu ist was wert. Glaube ich. Izu ist glaube ich was wert. Kann das sein? Ich habe den abstoßen müssen. Könnte dahinter noch Harvard sein? Hat Harvard's 93 Rating? Ich weiß es nicht, Leute. Scheiße. Harvard's hat 95. Oh no. Okay. Let's go. Let's go. Ich habe gar keine Hoffnung. Ich habe gar keine Hoffnung. Ja. Ja. Taube. Geht aber klar. Geht klar, Leute. Was heißt der Jahr? 400k? Ja, Leute. Haben oder nicht haben geht schlechter. Aber das war noch nicht alles, Leute. Jetzt kommen die Top 42 der Welt. Top 42 der Welt-Packs. Serjan Bruder, ich rufe dich jetzt an. Und Leute, in der Videobeschreibung ist Twitter und Instagram von Serjan. Hast du jetzt schon die 1000 Follower bekommen? Ja. Danke dir dafür. Oh, geil. Serjan hat heute die 1000 Follower auf Instagram vollgemacht. Freue mich mega für den Bruder. Das letzte Mal wolltest du Once-to-watch-Ronaldo holen. Ja, aber da hatte ich noch Costa und Parvac direkt. Stimmt. Da hatte ich, glaube ich, Modric noch nicht. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere den mal aus. Und der ist weg. Ich würde den mit Pulitz, also keine Chance, dass sich da jemals wieder in diesem FIFA den anderen Spiel mehr hat. Echt jetzt? Also ist Modric so krank mit Pulitz? Das macht einfach sehr viel Spaß mit dem, weil der ist einfach offensiv sehr stark und defensiv auch ganz gut. Na süß, Goalpacks auch am Start. Na ist das nicht süß. Machen wir jetzt als erstes die Playerpicks, oder? Die Playerpicks. Okay, Playerpicks. Hier könnt ihr das sehen. Top 42 auf der Welt, Leute. Er ist ein unnormal guter Spieler. Fünf Playerpicks, einmal ultimatives Tots-Pack, dreimal 100k-Pack, 150k. Oh mein fucking Gott, Leute. Ich bin gehypt, Leute. Drei, weil Jorge Gonzalez drei. Okay, drei. Wir nehmen drei. Eins, zwei und drei. Come on, come on, come on, come on. Schade, schade. Okay, ich glaube, ich nehme. Ich so. Hätte ich, glaube ich, auch genommen. Ja. Und jetzt kommt Süß. Komm, come, 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 come. Oh. Schade. Okay, das ist ein richtiger Bluemoment gerade. Was macht denn Abraham in einem Top 42-Pack? Für Sirigu hast du dich entschieden, für das Reading. Ey, das sind ja klarer Verreizung! Perfect Link, Leute! Perfect Link in den Rewards! Ich würde Hala nehmen, aber... Jetzt darfst du frei entscheiden! Nimm die Nummer! Ich sag nichts dazu! Nimm die Nummer! Ein! Ach du Sch... Ooooooh! Der ist gut! Das ist okay! Der ist mega... Ich finde den mega gut! Ich hab... Also sehr, sehr viele haben... Verwenden den sogar als Super-Sub! 4-4! 89 Sprungkraft, aber 97 Schutz ist schon... Okay! Baba! Okay! Gefällt mir! Okay! Okay! Ja! Oh mein Gott! Sag dann selbst! Oh mein Gott! Der ist so geil! Der ist so geil! Ich hab mit dem 89er vor kurzem gespielt! Einer durfte wegen 89er Lacazette Prime Ike MWR abstoßen! Grüße gegen Rausam Mukai! Oh mein Gott! Chi Chi in den Chat! Der ist wirklich krank! Jawoll! Ach du Scheiße! Das geht gut! Bagliarella! Lacazette! Und dann noch die zwei als Rating! Was gibt's geileres, Alter! Okay! CR7! Wär auch noch geil! So! Letzter Pick wollen wir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und apart! Oh mein Gott! Oh! Ach du Scheiße! Nein! Geht das, dass ich keinen auswählen? Ja, dann würde ich aufs Rating gehen! Aber ich glaube der Chat wird Onana fordern! Onana ist eine richtige Legende! Ja! Ich glaube Onana wird gefordert! Oh na na! Da da da! Oh na na! Da da da! Aber Leute! Man muss schon sagen! Quagliarella und Lacazette sind echt geile Picks! Ich meine, du hast gleich drei Italiener gezogen! Okay! Okay! Ich habe schon schlechtere Top 100 Packs gesehen! Real Talk! Ja! Es ist so ein bisschen schade, dass man aus Rüftpicks nicht so einen Salah hat zum Beispiel! Ah ja! Ah ja! Da war ja was! Oh ja! Lacazette! Wirklich! Ohne Witz! Ich würde meine Lacazette! Ah! Deine Lacazette mit meinem Salah tauschen! So heftig feiere ich! Ja! Lacazette die Karte feiere ich unermal! Come on! Okay! Oh! Oh! Was ist das? Headliner! Headliner! Hä? Zapata! Oh! 1880! Der ist gar nicht schlecht! 1880! Ist der aber noch was wert? Wahrscheinlich nicht so! Ja! Komm! Oh mein Gott! Totz! Was? Onyekuro! Ah! Onyekuro! Der soll ja angeblich gut sein als Supersub, habe ich gehört! Das ist echt so! Das stimmt! Ich habe den in Rot und wechsle dann ab und zu mal ein! Der ist einfach extrem schnell! Und mit dem Ball ist er einfach so stark! Man kann richtig gut Tricks machen mit dem! Ja! Oh! Oh! 1880 Carnival! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das meine Fische war es an der Stelle komplett! Oh mein Gott! Was? Ich schaue nicht auf den Bildschirm! Okay! Ich schaue auch nicht auf den Bildschirm! Ich schaue auch nicht auf den Bildschirm! Ich schaue nur auf den Chat! Ich schaue auch nur auf den Chat! Warte! 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 Dann muss ich das so verschieben! Okay! Das ist ein ultimatives Team of the Season Chat Pack! Ich schalte nur meinen Monitor aus! Sercan schaltet auch den Monitor aus! Check alle nochmal Sercan aus! Und du kannst, wenn du willst! Drücken! So! Fünf! Vier! Drei! Drei! Ein! Oh mein Gott! Gleich mal was trinken! Chef! Hilf mir! Hilf mir, Chef! Und nicht pranken, ja! Dann ist der Chef bekannt! Bitte, 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 bitte! Ikone, das geht nicht! Ein OMG! Benitez! Messi! Messi! Ronaldo! Messi! Niemals Messi! Benitez! Benitez! Das ist der 93er Keeper, glaube ich! Ach du Scheiße! Ist das euer Ernst, Leute? Ich dachte als erstes Raphael Benitez, der Trainer! Das kann nicht euer Ernst sein, Leute! Das ist nicht passiert! So! Ich lese Benitez, Messi und Ronaldo! Ah! Mir fehlen gerade echt die Worte! Oh mein Gott! Top 42 der Welt! Und man bekommt solche Packs! Ja! Player Pick, Lacazette und Quagliarella muss man schon sagen! Mega, mega geil! Aber deine Packs! Die normalen Packs! Und ich weiß nicht, was da noch dahinter sein kann! Ja! Ich weiß es einfach nicht! Ich bin übertrieben gespannt! Da Costa! Emre Can! Okay! Aber der Rest! Muss man sagen! Top 42 auf der Welt! Ist absolut! Reudig! Das tut so weh! Chiesa vielleicht auch noch! Oh mein Gott! Das tut so weh! Wie viel kostet Emre Can? Geh mal auf Dreieck! Bei Emre Can! Ich würd mal meinen Ripper Reno in den Chat, oder?